Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe heute ganze sieben Tipps für euch, wenn ihr mit Fimo anfangen wollt zu basteln. Und ich hoffe, das ist ein bisschen hilfreich für euch und viel Spaß mit dem Video. Mein erster Tipp für euch ist, lasst euch nicht entmutigen, wenn die Figuren am Anfang nicht so aussehen, wie ihr euch das vorgestellt habt. Das ist ganz normal, man braucht einfach Übungen, bis gewisse Dinge klappen. Hier seht ihr zum Beispiel auch meine allerersten Figuren und die sind wirklich alles andere als schön. Aber ich habe sie mir trotzdem aufgehoben, weil ich das einfach schön finde zu sehen, wie man sich eben entwickelt hat. Also wenn ihr dran bleibt und euch nicht entmutigen lasst, dann klappt das auch. Der zweite Tipp ist, guckt erstmal zu Hause, was für Material ihr habt, bevor ihr irgendwelche Sachen einkauft. Denn ich finde, am Anfang sollte man noch nicht zu viel Geld ausgeben. Ihr könnt zum Beispiel die Grundfarben von Fimo kaufen und dann einfach alle Farben daraus mischen. Und ihr könnt so Sachen benutzen, wie zum Beispiel Zahnstocher oder ein Edding zum Ausrollen oder alles Mögliche, was ihr eben zu Hause findet. Ihr müsst da nicht unbedingt gleich ganz viel Geld für Bastelmaterialien ausgeben, einfach weil es halt auch ärgerlich wäre, wenn ihr... Ja, dann merkt, dass Fimo vielleicht einfach nichts für euch ist und dann habt ihr schon ganz viel Geld ausgegeben und das wäre echt nicht so schön. Mein nächster Tipp ist, probiert auch verschiedene Modelliermassen aus. Denn nur weil ich Fimo benutze, heißt das nicht, dass das das perfekte Material für euch ist. Es gibt ja beispielsweise auch lufthärtende Modelliermasse oder eben ofenhärtende. Und da könnt ihr ja einfach mal ausprobieren, was euch eher liegt. Manche mögen eben lufthärtende viel lieber, weil man das eben nicht backen muss und weil es sich auch anders verarbeiten lässt. Und es gibt ja auch nicht nur Fimo, es gibt ja ganz viele verschiedene Marken. Und Cernit und Primo und Sculpey und andere. Und wenn euch Fimo nicht liegt, dann probiert einfach was anderes aus. Der vierte Tipp ist, wenn euch eine Figur nicht gefällt, dann überlegt euch ganz konkret, warum. Also, was könnt ihr besser machen? Legt das Stück vielleicht auch ein paar Tage zur Seite und schaut es euch dann nochmal an und überlegt euch, okay, was passt hier nicht? Also zum Beispiel, hat das Verblenden nicht so gut geklappt oder gefällt euch die Struktur nicht oder so? Denn nur aus Fehlern kann man lernen und wenn ihr genau eure Figuren anguckt und euch genau überlegt, hm, was möchte ich vielleicht besser machen nächstes Mal oder was gefällt mir nicht so, dann könnt ihr daraus eben lernen und daraus dann eben, ja, Erfahrungen ziehen und eben immer besser werden. Sucht euch Vorbilder. Also, am Anfang ist es ganz normal, dass man Sachen nachmacht und da gibt es ja unendlich viele Tutorials auf YouTube. Aber sucht euch zum Beispiel auch Bücher. Ich habe auch einige Bücher im Bücherregal stehen. Und, ja, macht erst mal nach und findet dann aber auch eure eigene Technik und euren eigenen Stil. Denn, ja, jeder hat natürlich Sachen, die er am liebsten mag. Macht ihr am liebsten Kuchenstücke oder macht ihr am liebsten so kleine Dollys oder Tiere oder was ist so eure Präferenz? Und, ja, dementsprechend könnt ihr dann euren eigenen Stil entwickeln. Mein letzter Tipp ist, kombiniert einfach mal verschiedenes Material. Also, zum Beispiel Fimo und Wolle oder Fimo und Schrumpffolie oder Fimo und, weiß ich nicht, eine alte Tasse. Überlegt euch einfach mal, was man Neues machen könnte. Also, schaut euch in eurem Bastelzimmer um und guckt, was habt ihr schon für Material, was kann man machen. Und, ja, kombiniert Dinge, die man vielleicht sonst eher nicht zusammenwerfen würde. Und, dadurch kann man eben ganz toll neue Ideen entwickeln und ganz tolle Kunstwerke schaffen. Ich hoffe, diese Tipps waren hilfreich für euch und konnten euch vielleicht ein kleines bisschen motivieren und auch inspirieren. Und, falls ihr Fragen habt, schreibt dies gerne unten in die Kommentare. Und an die Profis unter euch, die schon länger mit Fimo basteln, was sind denn eure Tipps für Anfänger? Schreibt das gerne in die Kommentare, dann können wir einfach mal gemeinsam in den Kommentaren diskutieren. Das waren sehr viele Kommentare. Und, ja, hier könnt ihr mir noch übrigens auf Instagram und Facebook folgen. Irgendwo, ich blende das irgendwo ein. Wenn ihr das möchtet, dann, ja, Instagram zum Beispiel, da poste ich regelmäßig Bilder, einfach auch aus meinem Privatleben und so. Falls euch das interessiert, dann schaut da gerne mal vorbei. Und, ähm, außerdem kommt ihr hier irgendwo noch zu meinem letzten Video. Und zwar ist das mein Kalender für 2017. Vielleicht interessiert euch das ja. Wenn ja, schaut da unbedingt vorbei. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!